Ey, ich weiß nicht, ob das nur mir passiert. Jetzt passt mal auf, wenn wir die Hühner nehmen wollen. Guckt jetzt einfach. Ich will das Huhn ganz normal nehmen, ja. Ich hab auch noch ein Lichtschwert in der Hand. Gebt euch mal. Der Huhn ist einfach an meinen Füßen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Lichtschwert zusammenhängt. Schreibt mal in die Kommentare, ist das euch auch schon passiert? Oder geht's nur mir so, dass die Hühner irgendwie kaputt sind, Leute?